Ich sehe Birnen runter zur Paprik Wie lange du hier unten bist Er wollte nochmal weg, Junge Das geht mir auf den Sack mit dem Offen zu immer an dem Scheißberg, Alter So was dummes hier Ich habe noch eine Kiste gelassen Hier ist auch noch ein Schilddrang, einen kleinen Was leckt denn hier so barbarisch, Alter Dieses Spiel ist irgendwie total anspruchsvoll Was das angeht, verstehe das nicht bei mir Eine Birne ist runter gerannt In die kleine Station Den Schieß auf den Mond, Junge Wenn du noch rauskommst Brauchst du noch ein Sturmgewehr oder sowas? Oh, zwei sind da unten Und ich habe bloß nicht rumfinde Achso, na warte hier Die gehen rein Sehr gut Das wäre schon gleich mal ein Nutzen hier Da sind alle beide drinnen im Haus Das war ein Potz Armseeliger Hm Was hat man jetzt von oben gelassen? Junge, noch ein Bot Ah, das weiß ich gar nicht Ne Man weiß es nicht Zeig her Ne, ne, ich brauche keine Ja Oh, hier ist ne Donner. Da ist er geplatzt. Hat dich wohl verlofen oder was? Tja. Wo ist sein Kamerad? Oh ja, Schüsse. Ja, da vorne sind Schüsse, geil. Wir kommen, wartet auf uns. Da oben ist noch ein Lappen. Berg oben, ne? Mhm. Aber man sieht ihn nicht mehr. Oh. Hä, von wo denn? Ach, da hinten. Er wusste, dass es gleich vorbei ist. Er kam direkt. Hat sich gedacht, naja, was soll's. Was? Was? Noch was? Boah, scheinen wir doch nach vorne, ja? Hahaha. Etomizer, Junge. Aber du atomisier. So sieht's aus. Galappen. Da hat's denn leider noch. Tja. Lächerlich. Da hast du noch so ne große Zone, Mann. Ja, eben. Das wundert mich. Soll ich mal ein Moped holen von uns unten? Ja. Die Bosse sind ja auch noch da. Kommen wir so weiter. Ach so. Ja. Geh ins doch gelber bis jetzt. Oder ein SUV. Wie du willst. Wohl mal ein SUV. Da sind wir nicht so, naja, sind wir ein bisschen geschützt, aber sind halt langsam. Ich fahr rüber auf den anderen Berg. Da ist ja noch Zone, die ist er ja nicht mehr. Das wär geil, wenn die Birnen hier alle wieder zu uns müssten. Mhm. Das wär gut, ja. Hier hätten wir nämlich noch schön Schild und alles. Ja. Hahaha. Schönen Überblick. Geil. Ne, sind Fische. Okay. Ich dachte, da war einer. Man sieht ja auch keine Schüssel oder irgendwas. Ne. Einfach nichts. Was ist denn das für eine rote Fahne dort? Auf der Map? Ich weiß nicht. Bei der Insel. Was bedeutet denn sowas? Keine Ahnung. Ob sie Fahne gehisst oder noch nicht? Ich weiß es nicht. Blickt kein Mensch durch. Keine Ahnung. Hab ich noch nie gesehen, dass da so ne Markierung ist. Nö. Mann. Immer noch 16 Leute. Tja. Hä? Man hört nicht, man sieht nicht. Ne. Ja. Was ist ja eigenartig. Alles Patsch oder was? Ich weiß es nicht. Die Bosse, alle noch? Einen Insta-Boss gemacht, ja. Wahnsinn. Ja, Hotenkin und alle. Hm. Hotenkin und alle. Dieser hässliche Affe. Alter. Ja. Was sie diesen Vollidioten hier reingenommen haben. Hm. Die können sie alle rausnehmen. Ja. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Aber diese Bosse hier, das gefällt mir nicht so. Muss ich sagen. Nö, das ist Müll. Doch schamlos ausgenutzt. Die sind doch nicht besonders stark. Also es ist nicht mal eine Leistung, die umzubringen. Nö. Da wirst du belohnt mit so Dauerschild und Superwaffen, Alter. Das ist doch zu viel des Guten. Und dann noch ein Schlüssel für noch mehr Superwaffen im Keller. Ja. Das ist zu dumm. Immer noch 16 Leute. Jetzt gibts doch nicht ja nichts. Bringen die sie ja mal um, oder was? Was passiert denn hier? Oh, scheiße. Wir müssen woanders hin. Ah, wir fahren wieder auf unserem Berg dahinter. Hm. Ah, da fahren wir hin. Das wird geil. Steig doch mal ein. Der steigt da nicht ein. Boah. Was machst du denn? Der P gedrückt. Der steigt nicht ein. Der ist gut. Wahrscheinlich noch Steine im Weg gewesen. Oh. Übel. Oh, 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 oh. Wow, wow. Hahaha. Schild war weg. Geil. Müssen wir anrufen auf dem Amt. Die sollen hier ein neues Schild hinstellen. Ja. Das ist passiert. Ja. Das ist passiert. Uff, es ist ein Mann, okay. Ja. Hier auch noch eine Kiste. Ja. Das ist sehr komisch, ja? Ja. Äußerst. Komisch. Und Schild haben wir auch noch hier. Ja. Eigentlich alles da. Was hat es bei Gerds? Und man sieht keine Schüsse. Ey, das ist doch nicht normal. Ne. Ach, da unten. Da hast du bloß das Auto gesehen. Wo ist dein Kumpel? Das war doch Botzer. Wenn du mich packst. Oh, ne. Level 38 stand da. Ja, gut. Kann man immer hinschreiben. Mhm. Ey, hier ist einer mit dem gelben Kreis. Welchen Boss hat er denn gemacht? Hä? Wann hat er denn den Boss gemacht? Äh? Sind doch alle vier da? Sind doch alle vier oder wie sind das? Ich denke schon. Oder fünfer. Welcher? Ne, ist ja aber kein gelben Kreis. Doch. Mhm. Der kleine dort. Los, komm rein. Oh, hier unten Birnen. Direkt vor uns. Geil. Boah. Da steigt er mal aus, Junge. Alter, ich treffe mit dem Scheiß. Jetzt hat er einige gekriegt. Oh, hier oben auch. Ach, da unten. Wir müssen aber. Ich muss zum Auto, Alter. Die Zone. Wo ist unser Auto? Leih, die Zone. Komm ins Auto. Ja, Mensch. Guck mal mal. Andauernd sind wir verletzt. Weil du nicht auf der Zone Acht bist. Hier ist noch die Gelbe irgendwo. So, wir fahren ja hoch. Oh, da muss. Oh, hier vor uns. Direkt grün auf der Straße. Ja, ist der Gelbe. Wie es aussieht. Oh, die Zone kommt immer noch. Boah, Alter. Oh, schnell das Auto retten. Äh, Muni. Alles was geht. So, wo ist das Auto jetzt? Ja. Äh, wir müssen fahren. Oh, hier unten noch geschossen. Wollen wir noch mal mitgeschossen? Das ist ja gelbe klobisch. Von hier oben kommen wir doch. Sehen wir hier unten was? Ja, ja. Da ist rechts vorne. Ja, ja. Mann, treff ich denn, Mann. Nichts, Alter. Oh, scheiße. Ein in die Karre. Scheiße. Wir haben uns festgefahren. Noch gehts. Hier vorne ist einer. Ah, den um. Er springt weg. Ja, den haben wir tot gefahren. Ja. Wir müssen auf zwei Mann da. Ich hab keine Munition mehr. Nur Schrollflinte. Was? Alter. Frisst du die? Ich hatte ja nicht viel. Oh, wir haben auch nicht mehr so viel Sprit. Da kann ich mal richtig das Auto umparken. Da kann ich mich schon wieder heilen, Alter. Oh ja. Ich schmeiß ein bisschen Munition in. Scheiße, geil. Warte hier. Munition. Oh. Z. Oh, Alter. Wer hat denn da gegen gehauen? Weiß ich nicht. Hier und hinterm Auto. Oh, danke. Ja. Ich hab sie. Genau das Richtige. So, jetzt können sie kommen. Krass. Wo ist denn der Lappen? Der war doch hier vorne. Ja, der ist doch hinter dem Baum da vorne irgendwo. Denke ich auch. So, steig rein. Weh Leute noch, Alter. Wir müssen da hoch zur Wetterstation. Pass auf, da wird rechts neben uns laufen wahrscheinlich. Hm. Ach, sehe ich schon nicht. Nee. Die Zone ist doch nicht so groß. Das müsste man doch sehen. Da muss er auch mal seinen Arsch bewegen. Eigentlich müsste er langsam mal. Doch, hier sehe ich einen oben am Buschwacher. Okay. Halt den mal an. Da unten ist er. Oh, geil. Gebrochen. Sehr schön. Im Busch. Na ja, haben wir doch ein schönes Sieg hingelegt. Wir haben nicht gesehen. Den Heini. Der war ja dumm wie eine Schippe Sand. Ich weiß nicht, was hier los war. Was waren das für Typen, Alter? Die waren alle dumm irgendwie. Zehn Kills. Aber, tja. Ich weiß nicht so richtig. Das war doch alles Boss. Ich weiß, hab keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Da war jetzt keiner, der gefährlich war oder so.